hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde von warfreak ja heute wieder einmal in wundervoller lustiger stimmung ja ja hallo und herzlich kommen ja ich bin immer noch eigentlich immer aufnehmen für urlaub so als vor was zum treufel hätte ich mir sollen die patsch zu klassen vor ich anfangen zu spielen was gibt es denn hier eigentlich gut das kann ich eh nicht machen ja das brauche ich nicht also legierungsplatten 1500 könnte theoretisch nicht schaden könnte ich sogar mit oberen machen ja ich würde sagen wir fangen gleich mal fangen gleich mal an auch wenn ja legierungsplatten wieso nicht nehme ich einfach mit schade nicht oberen wird ein bisschen gelevelt und das ist nicht so schlimm ja ich habe seit der letzten aufnahmen ein paar tipps bekommen ich soll mir die tonka holen und wenn ich es wenn ich mir die am brunnen für den cupro flyer sowie sind der rede leisten kann dann soll ich auf dem mitnehmen weil er mich ja nicht macht aber ich muss habe ich ernst auf den bogen mit also das wird schon mal eine fehlrunde ja die bar am brunnen kann ich mir leider nicht leisten das muss ich gleich mal sagen habe ich auch geschrieben in den kommentar kann ich mir echt also so ein mal wieder ein alter fängt ja schon gut an ja warst du dich sonst noch sagen ich weiß nicht wie es mit der sonde weitergeht ach wirklich aber ich muss mal schauen dass ich alter jetzt nicht ich habe die kackwaffe mit nicht dein ernst oder Eine Strafe. Geh weg von mir. Ich versuche den mal zu ignorieren. Overflucht. Ich geh mal hier runter. Boah, ja, gut. Du Arsch. Was ist das? Okay, Alter. Ja, komm, bring mich doch einfach um. Wie wäre es damit? Ja, danke. Sehr, sehr freundlich von dir. Alter, kommt jetzt nochmal. Oder was? Alter, die Waffe. Alter. Naja, abgesehen, dass ich gleich tot bin. Ähm, ja, wird spannend. Ich hoffe, ich krieg das nie im Leben hin. Sagen wir zumindest mal nicht mit dem Warframe. Also mit der Waffe. Die Caption hier, wie, 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 wie lust, wie sie lustig sind. Also mit dem Warframe hätte ich weniger ein Problem. Aber die Tower einzunehmen, ist ein bisschen... Ah ja, wirklich. Darum sehe ich niemanden. Ach, du Kacke. Oh, da kann ich doch runtergehen. Wo mich vorher der Stalker gestört hat. Weil da habe ich das gewusst, hätte ich die andere Waffe mitgenommen. Hätte ich den ersten gehabt. Wie komme ich eigentlich da? Oh. Stirb. Ja, das schaffe ich definitiv nicht. Das muss ich... Ah, das kann ich dann gleich nochmal machen. Ähm. Ja, das war total daneben. Ah, komm. So. Ähm. Ah, das geht gut. Alter, ich treffe den nicht. Okay, dann... Ähm. Was wird denn eingenommen gerade? Ich glaube, ich versuche mal hier drüben. Was hier ist 100%? Okay. Ah, Mist. War doch D. Eingenommen, wenn du würde. Alter. Schön ist das nicht, muss ich zugeben. Schön ist das nicht, muss ich zugeben. Geil. Geil. Gut. Ähm. 91 zu 82. Boah. Das wird echt knapp. Ich glaube mal nach. Na, komm. Bisschen schneller. Oh, das könnte sogar noch was werden. Wui. Da bin ich jetzt gespannt. Ah. Na komm. Konflikt, was? Sehe ich nicht. Ja. Oh, das war. Oh, das war knapp. Wo ist er? Oh, das haben wir aber keinen Bogen mehr. Das ist auch... ...ziemlich ungeil. Oh ja, das war die schlechteste Idee, die Waffe zu nehmen hier. Ich sollte echt lesen, was es... Wo ist denn jetzt hin? Tja und koppere ein anderes Signal. Beide auf, aber... Ach, ernsthaft? Oh. Na komm. Schneller, 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 schneller. Bravo neutralisieren. Okay. Kann ich hinkriegen? Äh. Ja. Ist das... Ja, ist cool. Das ist ja echt scheiße, gerade ein bisschen. Boom. Dort. Geh bloß weg. Boah, war bestig. Ich kann gar nicht so wie der Gegner töten. Boah. Naja, wenn wir es nicht schaffen, war es auch witzig irgendwie ein bisschen. Sich zugeben. Hm, die kommen alle hier lang. Aber wir hatten gar keinen Zoom, oder was? Oh, das ist natürlich böse. Läuft schon wieder so wie vorher, ne? Geh weg. Echt da, wie er wegfliegt? Oh, die war so geil. So, ich hol mir jetzt mal den da. Da haben die, da haben die, da haben die dezente Probleme, hier unterzukommen. Und dann gehe ich hier hoch. Ja. Ja, doch. So, das hat zumindest ein paar Vorteile. Vielleicht kriege ich es wieder hin. Das wird wahrscheinlich wieder eine extrem knappe Entscheidung, aber... Wer so blöd ist, muss ich jetzt mal zugeben. Hat es eh nicht besser verdient. Ah, geht gut. Nehmen wir die schon wieder? D ein? Ja. Okay, dann laufe ich... Ja. Gut, das... Kann ich gerade noch verschmerzen. Um zugegeben, das kann ich gerade noch ein bisschen verschmerzen hier, den Tower. Ah, sogar Radioaktivität erwischt. Das ist schön. Ein bisschen Hilfe kann nie schaden. So. Ich weiß gerade nicht, was... Was eingenommen wird. Ähm... Zieh ich hier aus? Äh, komm schon. Das war jetzt echt knapp. Das war jetzt echt knapp. Weg. Wo ist das Teil? Drüben ist eine Drohne. Für die Tonka, habe ich auch gesehen, braucht man... Oxium. Das heißt... Kann ich hier gleich mal mitnehmen. So. Aber was ist mit euch beiden? Mein Tower. Sucht euch einen eigenen. Was ist mit dir? Steht da Ruhe? Hm... Boah, sieht gut aus. Besser nur die vorige Runde, muss ich zugeben. Ey! Meiner! Hm... Die sieht schlecht aus. Ah, scht! Ah, scht! Piu! Das heißt... Ein paar Gegner noch. Zwei zumindest noch. Sehe ich gerade. Oh, komm schon. Hoch! Oh, okay. Sind schon weg. Okay. Alter! Ja, ja. Ich glaube zumindest, dass wir die Legierungsblatt nicht gebraucht hätten. Aber okay. Der Paris-Bogen ist auch so low. Zumindest in der... Anfangsvariante hier. Jetzt ducken wir mal. So, was ist das hier? Das kommt mir bekannt vor. So was war doch schon mal, oder? So was war doch schon mal, so was in der Art. Ja, komm. Geh weg. Geh weg. So, das war eine Risse. Das ist natürlich für den Oberon ganz schlecht. Ähm... Komm, jetzt verpässt dich. So, die Marsbrücke haben wir schon. Ne, da fehlt noch was. Da fehlen noch Sabotier, Dreitox. Ähm... Ähm... Ich brauche ja eigentlich, ähm, das habe ich ja eh schon mal erwähnt, ich brauche jetzt noch eigentlich sechs Folgen ab, also ab der jetzt brauche ich noch sechs weitere Folgen, damit das schön unterbrechungsfrei für euch ist. Ich weiß nicht, den es interessiert auch nicht, ich mach mir halt die Mühe ein bisschen. Ähm... Ja. Ach so. Okay. Ich kann mir davon ausgehen, da ist keiner. Na gut, da werden wir wieder zwei finden, ne? Da brauche ich gar nicht, da brauche ich gar nicht aufladen. Wer droht hier? Nein, da geht es weiter, dann gehe ich mal schnell in die Richtung. Ey! Dann gehe ich mal schnell in die Richtung. Wo ist denn einer? Keiner mehr? Nö. So, Container wäre noch interessant. Ich wette, hier haben sie keinen Container versteckt. Natürlich nicht, das wäre ja viel zu einfach. Wenn man hier einen Container verstecken würde... Ach so. Bitte. Viel zu billig, das Versteck hier. Das sieht ja jeder auf den ersten Blick. So, ein Zer-Headshot. Was anders mache ich in dem Spiel auch gar nicht mehr. Ich mache nur mehr Headshots. Ja, gut. Fast. Also ein Q-Profs, die greifen mich zum Glück nicht an. Ey! Boah, das ist so geil, wenn man von der Q-Profs ist angegriffen wird. Die zerreißen hier die Grenier förmlich. So, hier ist ein... Ja, hier ist mal einer. Das ist auch schön. Wir haben jetzt bald alle Plätze gefunden, wo was spawnen könnte. Aber den letzten finden wir halt nie. Also, ich glaube, es gibt auch nie den letzten. Es ist... Es gibt es einfach nicht. Es gibt immer zwei gibt es, aber den dritten gibt es eigentlich gar nicht. Wir werden schon... Ich weiß, das ist immer ein bisschen langweilig, wenn man diese Dinger hier sucht. Ich glaube, wir werden auch wieder ein bisschen durchlatschen. Wollen sie ja doch alle finden. So. Vielleicht hier hinter was? Nö. Nop. Weiter nicht. Da ist keiner unten, ne? Nö, schade. Ja, wobei, man weiß ja nie. Nö. Sie schwindet. Ah, da hast du ihn dir übersehen. Da war er, du Idiot. Nö, okay. Idiot hat noch nie bei geschrieben. Oh, verflucht! Noch einer? Nö. Und tot. Und tot. So, da ist noch einer. Da ist noch einer. Ich wusste ja, hier ist immer einer. Einer ist hier immer. Es gibt hier die... Die Passage gibt es immer zweimal. Und... Es ist immer einer. Hm. Oh, der wohl ist. 55 Schuss noch für den Paris-Bug. Ich weiß gar nicht, was... Was labbed wurde. Ich wollte echt Loki, das wäre mehr. Weißt du, das ist den Leuten ein Scheiß egal, dass hier die eigenen Leute umfallen. Das ist ihnen scheißegal. Er kämpft schon wieder gegen Kubras. Äh, Kubrofs. Sorry. Ah, shit. Ach, Mist. Das ist nicht so, ich will bei der Waffe immer nachladen. Ich weiß auch nicht, warum. Was war da unten, was mir angezeigt wurde? Ah, das ist eine Mod. Oh, das... Na komm. Ja, schieß auf mich, hm. Ist auch das auch dort. Was, das bitte. Nicht sehr höflich. Ist eh niemand. Hm, 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 hm. Da ist wieder was zu scannen. Cifflon-Fragment. Das ziehe mich gerne mit. So, und da muss ich mich hier noch ein bisschen umgucken. Das tut mir wirklich leid, aber... Ja, ich kann den Tannenzapfen jetzt scannen, aber... Will ich jetzt eigentlich nicht. Aber hier ist wieder dieser Schattenbug. Ah, hier muss ich später wieder hin. Obwohl, ich sehe mich hier hinten nur schnell um und dann gehe ich wieder zurück. Kann ich mich auch nachher noch umschauen. Ich schaue mich lieber... Zuerst unten um. So. Da wird's hoch. Da hinten habe ich aber eh... Keinen gesehen, wie... Eigentlich... So. Naja, aufmachen kann man ja trotzdem. Na gut. Der Wasserfall wahrscheinlich auch nicht. Hier... Nö. Das ist eh klar. Wir finden den sowieso nicht. Also. Hallo. Okay, der Tag ist dann weiter. Das heißt, wir gehen mal... Wir gehen mal ein Schaff. So, okay. Hier ist E-K-A-N-O-D-O. Ich bin am Weg. Bin am Weg, Schätzchen. Vielleicht machen wir nachher noch die Sonde. Ich weiß noch nicht. Mal schauen. Also, nicht direkt danach, aber nachher. Set die Injektor into overdrive, um incinerate die Toxin. Mhm. Werd ich machen. Keep going. Nobody knows you're here. Ja, ich weiß. Was hat der Besuch jetzt für niemand die Chance? Alter, zwei gleich. Schön, 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 schön. Ah, nicht so nett. Hui. Ah, die Fähigkeit ist geil. Nein, die Fähigkeit wüsste ich nicht, was ich verwenden sollte, aber... Ah, Hilfe von Kugroff. Auch sehr nett. Da, nimm das. Auch wenn die restlichen Kugroffen keinen töten, aber... Schaden kann sie nicht. Will doch wer? Er hat noch nicht. Schöne Fähigkeit. Na komm. Ich will doch nur die Umwelt schützen. Das ist nicht erlaubt. Du hast gerade ein massives Batch von Grineer-Toxin. Good work. Get to Extraction. Juhu. Ja, wunderbar. Oh, hoppla. Meine armen Kubroff-Freunde. Wenn ihr einfach so zermetzelt. Ach, komm. Alter. So, der ist auch weg. Weil ich weiß, gibt es in der Wasserfahrt wieder so ein kleines Versteckchen. Weil es auch Glück. Ah, das war ja klar. Viel zu einfach, sage ich ja. Die einfachen Verstecke interessieren ja eigentlich niemanden. So, geh weg. Wie unwett, die sind so den Kubroffs. So, ist hier noch was? Hier kann man auch noch hinten latschen. Schauen wir mal da. Okay. Na, lieben. Oh, komm. Fangst du mir jetzt langweilig. Und. So. Hier war der, das ist ein Baum. Ach, guck mal, Alter. Das wäre ein, das wäre ein mieses Versteck. Das wäre echt ein mieses Versteck gewesen. Gut, das Versteck hier oben kenne ich eigentlich. Hm. Hier ist nichts, ne? Okay, dann müssen wir schauen, dass wir rechtzeitig hier rauskommen. Nicht, dass hier noch etwas explodiert. Nicht, dass wir gleich wegfliegen. Und tot. Hier ist nichts, okay. 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 Gut, da ist nichts mehr. Okay, dann, dann raus. Die Folge dauert eh schon wieder, eh schon wieder viel zu lange. Wobei, jetzt wo ich hier bin, könnte ich doch vielleicht nochmal gucken, ob hier vielleicht was ist. Aber hier, glaube ich, ist... Ah, es wäre hier viel zu einfach. Ja, die zwei Verstecke, was bis jetzt waren, waren ja relativ leicht. Ja, viel zu einfach, sage ich ja. Ja, dann noch die Trieberseite. Hoppla. Oh, zwölf Schüsse noch. So, die vielleicht aufpassen. Hm, wobei hier am Ende versteckt, das ist... Das wäre so... Das wäre so leicht, aber es würde keiner sehen. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. So, ja. Spannende Sache war nicht dabei. Ah, wir haben jetzt die Brücke freigeschalten. Die zeige ich euch in der nächsten Runde, was wir da so schönes bekommen. Ich weiß nicht, irgendwas bekommt man. Aber naja. Also. Ich würde mal sagen, das war es jetzt für die Woche. Das heißt, ich sehe nächste Woche, was bei der Erdenbrücke zu bekommen, was man da bekommt. Und dann werden wir wahrscheinlich wieder zum Uranus gehen und dort ein bisschen weitermachen. Alarmierung. Ich schaue doch mal schnell. Alarmierung. Ja, Sprintverstärker wäre schön. Haben wir aber, wir haben den Planeten selber noch nicht. Sonst Belohnung ist immer nur Credits. Auch schön, brauche ich aber nicht. Also, ich sage mal, danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zur nächsten Folge. Baba. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.